Ein Ehemann will seine jungen Frau seine Wünsche klarstellen. Also, um 7 Uhr Frühstück, ob du da bist oder nicht. Um 12 Uhr soll das Mittagessen auf dem Tisch stehen, ob du da bist oder nicht. Um 20 Uhr Abendessen, ob du da bist oder nicht. Darauf sieh, ist gut. Ich will mindestens 4x6 die Woche, ob du da bist oder nicht.